Der Holzwerkstoffhersteller Egger wird 60 Jahre alt. Zum Jubiläum hat das Unternehmen einen Film vorgestellt, der die Geschichte der Firma erzählt. Den Grundstein legt Fritz Egger Senior mit seinem Leitspruch, Holz ist viel zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen. Er beginnt, Holzreste zu wertvollen Produkten zu entwickeln. Das erste Spanplattenwerk geht 1961 in St. Johann in Betrieb. Heute ist Egger einer der weltweit führenden Holzwerkstoffhersteller. Der Film ist auf der Homepage des Unternehmens zu sehen.